So Leute, fürs Finale. Auf Wunsch von Heike. Burpees! Und zwar nicht für irgendwelche, sondern was cooles Neues in Anführungsstrichen. Ihr geht runter, holt ab, geht runter in den Liegestütz und haltet den, ich sag mal so 10 bis 20 Sekunden die ganze Geschichte, bevor wir wieder rumkommen. Okay? Die Damen können natürlich auch mit dem Damenliegestütz halten, ansonsten einfach halten. Dann Brust berühren, hoch, anhocken und sprung. Okay? Je nachdem wie lange ihr haltet, macht mal so 5 bis 10 Burpees. Dann, ich sag mal, ein Minütchen Pause und guckt mal 10 bis 20 Runden. Okay? Viel Spaß, bis gleich!